Ich bin Julian und mache meine Lehre bei der Victorinox als Kaufmann in der Branche Maschine, Elektro- und Metallindustrie und heute nehme ich euch mal mit bei meinem Arbeitstag. Während meiner dreijährigen Lehre werde ich sehr vielseitig ausgebildet. Ich bekomme insgesamt einen Einblick in sechs Abteilungen, was die Ausbildung bei der Victorinox sehr abwechslungsreich macht. Was aber fast immer gleich ist, ist der Startetag, wo ich meine Aufgaben plane und priorisiere. In meinem Alltag kümmere ich mich um verschiedene administrative Aufgaben, wie zum Beispiel das Bearbeiten von schriftlichen oder telefonischen Kundanfragen jeder an. Wenn ich selber mal nicht weiter weiss, stehen mir meine Ausbilder immer gern unterstützend zur Seite. Weitere spannende Themen sind die Verwaltung von Muster in der Produktentwicklung, die Organisation von Reparaturaufträgen und die Reklamation im Kundenservice, Aktualisierung des Systems in der Sales-Abteilung und die Bestellung des Büromaterials für den ganzen Betrieb. Ich bin froh, die Lehre bei Victorinox zu machen, weil bei uns ist es miteinander sehr wichtig. So schätze ich, dass ich immer wieder eng mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten und mich offen mit ihnen über alles austauschen kann. Wirklich ein erstklassiger Start in die Berufswelt. Dass man jetzt vielleicht etwas umstrukturen würde. Ich glaube, vor allem die zwei hinteren Teile funktionieren eigentlich sehr gut. Ich habe das Gefühl. Und ich denke, das können wir dann auch so an.